Ich bin Florian Settler für Ground and Pound TV. Ich stehe hier mit Niklas Beckström, der bei der 41. UFC Fight Night am Samstag sein Debüt geben wird gegen Tom Ninimaki. Wir wollen kurz mit ihm unterhalten, wie er sich so fühlt. Ich habe uns gerade erzählt, dass ihr Tom Ninimaki am Samstag auf der UFC Fight Night am Samstag sein könnt. Wie fühlst du dir? Was ist dein Plan für Tom Ninimaki gegen Tom Ninimaki? Ich weiß eigentlich ein bisschen Deutsch. Ich habe in der Schule studiert. Aber mein Plan ist, zu kämpfen und zu gewinnen. Das ist es. Ich werde ihn in die Gesichter knacken. Das ist normalerweise was passiert. Er ist von Skandinavien, wie du. Ist es besonders für dich, dass dein UFC debut gegen einen anderen Skandinavien fighten? Oder hätte du lieber einen Mann aus Amerika oder jemand anderes? Oder ist es kein Problem für dich? Es ist nicht ein Problem für mich. Für mich ist es echt cool, dass ich in der UFC fighten. Und ich kämpfere jemanden hier. Es ist nicht egal für mich. Dein Debutt kommt auf sehr kurze Zeit, also habt ihr Zeit, um es in ein bisschen zu lassen? Oder ist es einfach eine große Überraschung für dich, dass du in der UFC so schnell gekommen bist? Nein, nein. Ich habe es nicht wirklich geblieben. Ich möchte es nicht. Das ist nicht der Vorteil. Der Vorteil ist der Vorteil. So nach dem, ich kann es nicht verlieren. Also, als es ist eine große Überraschung, habt ihr noch Probleme mit dem Wettkarten? Oder seid ihr nur an Wettkarten? Nein, nein. Ich bin professionell. Ich mache Wettkarten, egal wie lange es ist. Es ist kein Problem für mich. Ich mache es nur, was ich sollte machen. Es ist mein Job. Ich mache Wettkarten, kein Problem. Ich denke, dass du einen entscheidenden Wettkarten gewonnen hast. Was ist dein Plan für den Rest des Jahres? Du hast 6-1 Monate dieses Jahres, also, was willst du in 2014 erreichen? Ich habe es nicht wirklich zu viel gedacht. Ich werde diesen Wettkarten gewinnen. Ich habe es nicht in diesem Wettkarten gewonnen. Und dann kann ich mich über das andere Sachen denken. Also, hast du etwas zu sagen? Warum sollte jeder auf den UFC-Wettkarten auf dem Setzen? Und was ist dein Wettkarten gegen Nini Mäcki? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es wird ein lustiger Wettkarten. Ich komme immer zu Ende. Nini Mäcki ist ein bisschen technisch. Ein bisschen kalkulierter. Er ist ein guter Mann. 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 Aber er wird versuchen, mich in den Gesicht. Das ist all die Motivation, die ich brauche. Man kann mich erwarten, dass ich in da und mache, was ich mache. Ich habe gewonnen. Ich mache das, was ich mache. Das ist das, was ich mache. Wir freuen uns auf das. Bestes Glückwunsch auf Saturday. Wir sprechen mit dir nach dem Kampf. Es ist ein guter Mann. Danke für dich. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute.